und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus und ich bin ja schon fast wirklich untröstlich wie lange auf diesem kanal kein kobe set mehr die hauptrolle gespielt hat und es muss endlich mal wieder eins kommen und dementsprechend schauen wir uns heute mal wieder ein kobe set und zwar die 2703 aus der historical collection der panzer 6 tiger die panzer in diesem grauton gefallen mir ja generell wirklich sehr gut und ich hatte bisher auch spaß mit der 1 zu 48 skala von kobe und dann schauen wir doch mal ob sich das ganze hier weiter durchzieht und allein in diesem kleinen bildausschnitt sehen wir schon wieder zwei wichtige dinge und zwar ist der panzer um die acht zentimeter breit und um die 17 zentimeter lang das ist das fast eher unwichtigere meiner meinung nach und zwar sehen wir hier auch wieder das set ist pad printed wir haben keine sticker darin und ihr wisst ja dass ich diese reihe von kobe besonders liebe auf der rückseite sehen wir wieder dass das ganze in der eu hergestellt wird ist ja auch ein polnischer hersteller und wir sehen noch ein paar daten zum panzer kampfwagen 6 tiger könnt ihr euch wie immer gerne mit anhalten und mal durchlesen ein paar funktionen gezeigt man kann das geschützrohr schwenken und den turm drehen naja was will man auch bei einem panzer in dem maßstab sonst groß für funktionen haben und noch ein historisches bild vom panzer in der verpackung finden wir natürlich einmal die teiltüten und ich muss sagen hier war ungewöhnlich viel luft drin für kobe also die packung hätte sehr viel kleiner sein können und ich weiß nicht ob das unbedingt noch mit einer standard verpackungsgröße gerechtfertigt werden kann fangt bitte nicht auch noch mit diesen luftpackungen an kobe da wäre ich schon etwas enttäuscht das werde ich auf jeden fall in nächster zeit mal mit beobachten über die teilequalität reden wir ja wie immer nach dem bau die anleitung ist kobe typisch sehr hochwertig ist klammer gebunden das papier fühlt sich wirklich gut an die darstellung ist die gleiche wie in anderen kobe anleitungen heißt das ganze ist ausgegraut und das was neu gebaut wird wird in voller farbe dargestellt und mit roten pfeilen nochmal markiert insgesamt haben wir 80 bauschritte und natürlich haben wir auch noch mal die teile liste hier könnt ihr euch das video gerne anhalten wenn euch das ganze interessiert hier haben wir auch noch mal die zweite seite und ich finde es sehr schön wie man hier schon ein paar gedruckte teile erkennen konnte ich fange jetzt auf jeden fall an zu bauen und wir sehen uns dann gleich beim ersten wichtigen bauschritt wieder ich wünsche wie immer viel spaß bei dieser review und nach 39 bauschritten nimmt das ganze doch schon so langsam formen an und wir haben es ja nicht anders erwartet aber die teilequalität ist wieder richtig richtig gut die sehen richtig gut aus wir haben keine farbabweichungen und auch keine größeren kratzer auf den teilen und vom baugefühl ist es wieder kurbi typisch natürlich sind die steine relativ fest zusammen zu klemmen aber sie fühlen sich richtig an sie fühlen sich nicht so an als zwängt man die zusammen sondern es fühlt sich einfach richtig und stimmig an und jeder stein fühlt sich ungefähr gleich an und dadurch ist das baugefühl von kobe auch wirklich sehr sehr gut natürlich haben wir auch schon den schönen print hier ran gebaut und das ganze ist natürlich wieder sehr sehr massiv man baut ja bei kobe mehr oder weniger immer einen ganzen block und umbaut eben kaum luft deshalb hat das ganze auch schon ein gewisses gewicht und ja da wird nie was abfallen ich habe auf jeden fall bis hierhin sehr viel spaß gehabt und wir sehen uns gleich beim nächsten wichtigen bauschritt wieder und wir sehen uns schon wieder nach insgesamt 55 bauschritten wir haben hier noch ein wenig vervollständigt die laufrollen sind dazu gekommen an die panzerwanne und wir haben noch ein paar details dazu gebaut aber wenn ich sage wir sehen uns nach dem 55 bauschritt ist das nicht ganz richtig denn das ist noch nicht fertig mit dem 55 bauschritt denn wir haben in diesem bauschritt die ketten zusammen geklemmt ist ja meines erachtens immer die nervigste aufgabe beim bau von panzer oder anderen kettenfahrzeugen aber hier hat sich das in grenzen gehalten also das waren nur 64 einzelne kettenglieder die dann am ende für die ketten zusammen geklemmt wurden ein ersatzkettenglied ist auch dabei das hätte ich auch fast gebraucht weil mir fast schon eine nase abgebrochen wäre zwischen den ketten hatte ich so bei kobe noch nicht dass das fast passiert wäre ist jetzt das erste mal hier passiert aber es wäre ja ein ersatzglied dabei gewesen ich konnte es aber am ende sogar noch richten dementsprechend konnte ich auch das glied noch nutzen wenn wir die ketten bei solchen Sets ran machen ist das für mich immer ein ganz besonderer moment weil mich interessiert ja sehr ob das ganze danach wirklich schön in den ketten läuft oder wie bei den anderen meisten herstellern eben nicht wirklich auf den ketten läuft und um das rauszufinden mache ich die ketten natürlich jetzt ran und dann testen wir das gleich eine ewigkeit später es ist vollbracht diese ketten zusammen zu fummeln mag ich ja echt gar nicht das überlasse ich lieber leuten mit zarteren händen als diesen aber gut jeder musste mal durch und letztendlich haben wir es doch geschafft und jetzt testen wir gleich mal wie das ganze sich so fahren lässt und das ist wirklich das bemerkenswerte an kobe ketten dieser tisch ist wirklich der endgegner weil er eine sehr glatte oberfläche hat also das ist vergleichbar mit einem laminat boden ungefähr und die ketten funktionieren wirklich perfekt rollen perfekt es hakelt nur irgendwo das ist eine super qualität von den ketten und da bin ich immer wieder aufs neue überzeugt dafür einen dicken daumen nach oben aber das fazit gibt es natürlich erst wenn das ganze fertig gebaut ist dementsprechend baue ich das ganze jetzt noch fertig und wir sehen uns gleich mit dem fertigen panzer 6 tiger wieder und fertig ist die kobe 2703 tiger zum aufbau kann man auf jeden fall sagen der bau war super super einfach da geht der trend einfach wie bei lego in die richtung dass die anleitungen immer einfacher und vor allem kleinschrittiger werden also es ist auch so was ich persönlich schon übertrieben finde dass wir allein für den unteren aufbau 18 bauschritte gebraucht haben von insgesamt 80 bauschritten und 80 bauschritte auf die teile anzahl ist auch schon eine ganze menge ich bräuchte es nicht unbedingt so kleinschrittig aber so ist es natürlich auch wieder einsteigerfreundlicher sonst gab es auf jeden fall aufbaumäßig keine fehler oder probleme in der anleitung dementsprechend hatte man da auch wenn es einfach war auf jeden fall sein spaß die steinequalität ist wie wir das von kobe gewöhnt sind richtig richtig gut wir haben keine großen farbabweichungen ein bisschen offensichtliche angusspunkte an der einen oder anderen stelle wie wir das kennen wir haben die prints dabei die sind sehr gut von der qualität und da gibt es überhaupt nichts zu meckern genauso ist es auch vom baugefühl und der klemmkraft das ist hier wie wir das von kobe gewöhnt sind und damit uneingeschränkt empfehlenswert das aussehen muss man natürlich immer im maßstab sehen und für den 1 zu 48 maßstab den wir ja hier haben ist es wirklich top man erkennt den tiger auf jeden fall und ich meine natürlich wenn man unbedingt meckern möchte sind natürlich ein paar kanten hier und da zu eckig oder er ist eben ein bisschen unförmiger als das original aber das ist ja logisch in dem maßstab und hässlich ist er allemal nicht dafür sorgen natürlich auch die schönen prints die wir haben auch wenn wir hier ein paar weniger prints haben als wir das noch von anderen pet printed sets in dem maßstab gewöhnt sind so haben wir zum beispiel bei dem t 34 85 den ich ja auch schon mal vorgestellt habe noch mal ein paar mehr prints drauf was ich auf jeden fall toll finde dass wir auch hier im maßstab den punkt wieder sehen wie er eben auch im echten leben ist und zwar dass der tiger wirklich ein relativ großer panzer war und das sieht man auch sehr gut im größenvergleich zwischen dem t 34 85 also der kobe 2702 und eben diesen tiger wo der tiger auf jeden fall ein ganzes stückchen breiter ist auch ein stückchen länger und einfach viel massiver auf den ersten blick schon wirkt an funktion haben wir bei dem tiger natürlich das erfährt die ketten fahren wieder sehr sehr gut selbst auf diesem relativ glatten tisch das hat sich auch im laufe des baus nicht mehr geändert und natürlich können wir hier den turm drehen frei 360 grad und vorne das rohr rauf und runter bewegen im rohr müssen wir auf jeden fall vorsichtig sein denn das fällt relativ schnell ab das liegt daran dass es nur an diesen zwei sie klemms gehalten wird und alleine das im aufbau hier vorne ranzufummeln dass es hält ist schon relativ schwierig und allzu fest hält es dann an der stelle leider auch nicht auch diese massive lücke die dazwischen entsteht finde ich nicht allzu schön und es ist doppelt schade weil ansonsten ist dieses set hier wirklich super stabil also damit kann man spielen da fällt nichts auseinander auch wenn es bei den meisten leuten wahrscheinlich eher im regal landen wird aber es natürlich immer schade wenn ein set sehr stabil ist und dann so eine sollbruchstelle existiert ich habe den tiger auf jeden fall für 15 euro bekommen und es kostet sonst um die 20 euro wie man den preis eben auch bei kurbi in der größenordnung gewöhnt ist und auch wenn das set die 1 2 punkte hat die man kritisieren kann hatte ich auf jeden fall sehr viel spaß damit es ist jetzt nicht das aller stärkste kurbi set in dem 148 maßstab aber auf jeden fall eins was sich sehr gut in eine eventuelle sammlung einreiht und auch dem tiger als doch schon legendäreren panzer gerecht wird wenn das set also auch für um die 15 bis vielleicht 17 euro endpreis bekommt werdet ihr damit auf jeden fall sehr viel spaß haben auch für die 20 euro die sonst dafür aufgerufen werden ist es noch empfehlenswert alles was drüber geht bei irgendwelchen zweithändlern würde ich nicht unbedingt mehr dafür bezahlen wollen dementsprechend gibt es in dem preisbereich auf jeden fall eine kaufempfehlung von mir und wenn ihr dieses set selber besitzt dann schreibt gerne mal eure meinung dazu in die kommentare damit helft ihr uns als klemberstein community auf jeden fall sehr weiter und wenn euch diese video gefallen hat könnt ihr mir gerne einen daumen nach oben und ein abo da lassen um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein